so quatscheljagd kira ist auch wieder dabei wir haben plan ja mal nicht drauf gehen meine ich drauf gehen genau okay so ich hab die darts und die longneck und du musst immer schräg über den sein sonst fließe ich auf dich muss nach hinten weg schießen erstmal gucken wo er jetzt nicht die an 60er wir wollen wir mit den valentins herzchen holen und landfleisch ja mal gucken ob der plan in die hose geht nein wir sind groß zusammen haben fast 5000 spielstunden über 5000 da kriegen wir ihn jetzt weiß ich nicht muss mir sagen ob ich jetzt ein vogel treffe nein nicht ein vogel getroffen ok er ging nicht drauf warum auch immer jetzt hat er noch nicht mehr ach jetzt hat er dann erst bemerkt schlafen gehen aber bitte an der hand und nicht im sumpf gut aus habe ich meistens fliegen die zur mitte ja nach wucht wucht ja schön ins redwood ist auch nicht so toll da gibt es bären jetzt habe ich dich getroffen ja ein dart verschwindet wir sind nämlich immer noch nicht so gut aufgestellt wie wir gern wären jetzt ja recht dreht um sehr gut haben älter andere richtung in der flucht ist es verschwendung genau nein dann drehst du weg du sack sitzt ja fliegt zu uns nach hause direkt über die base plopp in der base ein stück höher musst du ja ich sehe nicht mehr ich habe du siehst da fliegt oder jetzt im baum verfangen wir auch gut sitzt hinterher optimal ohne absprache funktioniert gut wo willst du denn hin digga oh mist muss an den bäumen nicht abstreifen preffer ne klingt einfach höher von oben nach unten gucken da unten ist er links glaube ich der hängt so in einem baum ich höre ah da ist er so werde ich dich treffen keine chance ne deine kralle habe ich im gesicht ja tsch so abwarten treffer aber nicht bestätigt lutzprizte aber keine damage zahlen treffer so hab dich zitronella Ja, mach mal langsam. Treffer. Na, wo ist jetzt hin? Rechts? Rechts? Oh, okay. Ja, genau. Es ist halt nicht so einfach. Nee. Zu fliegen. Ich weiß. Zu gucken, wo er gerade ist. Ob man trifft. Unter uns, da? Ja. Ja, ich weiß. Ich war auch schon ein paar Mal Pilot. Man verliert den echt aus den Augen. Ach, da ist er. In den Hintern. Und schade, die lädt so langsam. Jetzt hat er aber ein Turbo drin. Treffer? Na gut, dass er dich nicht bei mir abstreift, wenn er so machbar ist. Nee doch, ist schon passiert. Oh. Ist schon passiert. Gehst du? Treffer. Aus der Entfernung, das bringt nischt. Es ist er bei seinem Fluchtpunkt, ruft sich. Wie immer. Hoffentlich säuft er nicht ab. Wo ist er jetzt? Ups. Nicht sehen ohne. Ach, wäre auch nicht gut, wenn du da jetzt runter geht. Alpha Kano, rechts. Ah. Mhm. Unbestätigt. Äh, ich hab da eine Kralle im Gesicht. Musst du irgendwie Position ändern. Jo. Wieder unbestätigt, obwohl Blut spritzte. Jo. Ah, da. Bestätigt. Sitzt. Boah. Jetzt hat er aber echt ein Turbo reingelegt. Ah, Kralle. Scheibenkleiste. Sitzt. Ah, Mist. Hier auf der Spitze. Hier fallen die so oft und da ist das Alpha Kano. Jetzt hab ich's erst gesehen. Ja. Genau. Zurück in den Redwood, mein Freund. Dann lieber Bären als Alphas. Hm. Sitzt. Ui, jopp. Oh. Wohin jetzt? Er hat unser Anflähen gehört. Da wird man ja schwindelig. Haben. Ja, der Flucht. Oh, wieder unter uns. Ja. 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 Wohlst du dich doch, du Drecksack. Hinter uns. Ne. Kriegst du nicht. Ich krieg genau so einen Fluchtmoment, wenn man anfängt zu laden. Umgekehrt wär schöner. Da muss man manchmal zwei geben. Ne. Von hier aus nicht. Versuch ich erst gar nicht. Haben nicht so viele Dots. Voll drauf. Und noch einen hinterher. Und noch einen. Und noch einen. Sollen wir eine Serie. Ah, Mist. Ne. Nicht getan. Ja. Wieder ruhig werden. Wo ist er denn? Na, da. Okay, die haben das echt wohl ein bisschen geändert. Treibt sich nicht mehr so viel über dem Wasser rum. Der ist runter. Der ist gef... Ne, doch nicht. Stopp. Das ist gedreht. Ich dachte, er ist gefallen. Unbestätigt. Mist. Sitzt. Sitzt. Wieder unbestätigt. Sagt die Stamina. Oh, Stamina. Gleich leer. Mhm. Ich hoffe, hier ist es irgendwie flech. Ne, Insekten kommen. Ja, Pech. Ich habe die Spike ausgerüstet. Alles gut. Hab doch der Vogel kriegt seine Stamina wieder. Ich brauche keine. Mal gehen. Hopp. Okay. So. Na, wo ist er jetzt hin? Musst du doch hier irgendwo seine Kreise drehen. Da ist er. Ah, super. Gleich wieder gefunden. Sehr gut. Und er fliegt auch in eine schöne Richtung. Und er fliegt auch in eine Richtung. Ich bin jetzt am Plumpsen, aber bitte im Wald. Oder auf Land. Sitzt. Noch genug. Noch genug. Noch fünf Stück oder vier Stück. Sitzt. Na, wo ist er jetzt? Da. Leicht rechts. Mhm. Digga. Fall doch endlich vom Himmel. Nein, noch nicht. Warte noch ein paar Sekunden. Oh, den hat er doch gespürt. Links? Ja. Rechts. Hinter dem Baum, auf den ich gucke. Ja. Letzter Dart. Ich leg den erstmal hinterher, bis er sich beruhigt. Dann kannst du mir andere reinlegen. Wo ist denn wieder hin, mein Freund? Kopfschuss. Alle, alle. Habe ich. Jetzt geht's gleich mit Pfeilen weiter. Treffer. Treffer. Aber er fängt an blutig auszusehen. Das heißt, er wird bald fallen. Ah, hinter uns. Ja. Schweine Priester bleibt doch stehen. Einfach mal eine Runde chillen. Kriegst ein gutes Zuhause. Mal ein Wasser. Ja, die Richtung passt. Meine kannst ein Stückchen höher. Ich habe immer die Hitbox vom Vogel im Weg. Genau. Genau. Wo ist denn jetzt hin? Ja. Wo ist denn jetzt hin? Ganz andere Richtung diesmal. Naja, passt mir auch. Hauptsache weg. Wo ist denn alles? Ja. Ach, jetzt hast du ihn registriert. Gut, als sagst du, er ist über 60, ne? Er hat echt viel Torpor. Oh, schön. Da oben auf dem Berg. Da hatte ich auch schon mal einen liegen. Das wäre geil. Flügelschlag nicht richtig abgewartet. Treffer. Oh, komm schon mal, mein Freund. Sei lieb. Wir sind auch lieb zu dir. Nee, deine Hitbox. Ich kann ihn nicht treffen. Ja. Hab ihn. Schlägt Hakenhase. Ja. Treffer. Und versuch meistens ein bisschen ruhig zu halten. Schießen kann es. Ja, läuft echt optimal. Treffer. Ich sehe gerade nichts mehr. Aber gut. Ja, ja, jetzt wieder. Ja, da ist er wieder. Einmal Kreuz, einmal Gewehr. Unbestätigt, obwohl Blut spritzt. Na, vielleicht nicht. Um Flügel getroffen vielleicht? Nee, direkt auf dem Hintern. Also Rücken. Unterrücken. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Schüsse mich nicht zählen. Ich kann nichts sehen. Irgendwie ein bisschen bewegen. Ich habe die Kreuz. Treffer. Ja, Flügel zählen nicht. Obwohl sie Animationen machen und aggressiv werden. Stamina ruft auch mal wieder. Okay. Ah, wohin? Treffer, rechts. Ein bisschen mehr. Ja, genau. Hast du. Massen wir doch seine Fluchtrichtung. Dann holen wir uns Stamina. Obwohl... Ja, Stamina. Hup. Ah, da ist er. Ganz entspannt über dem Wässerchen. Oh, das ging aber schnell. Hier ist zwar auch nicht allzu günstig, aber komm, fall. Runter. Bestätigt. Bist du. Da... Bist du. Untertitelung des ZDF, 2020